Was ist ein kleiner Schock, aber das ist Fußball und das passiert. Gleichzeitig haben wir genug Spieler, die das auffangen können, wir als Mannschaft auch. Natürlich sind sehr wichtige Spieler weg, die du 1 zu 1 vielleicht nicht ersetzen kannst. Aber als Mannschaft können wir das machen und wir treten mit einer breiten Brust auf und deswegen ist alles okay. Ich habe genug Vertrauen in die Mitspieler, dass sie reinkommen, wie zum Beispiel am Wochenende Rappo reingekommen ist und einen super Job gemacht hat. Und Felix auch reingekommen ist und auch einen Top-Job gemacht hat, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, da kommen einige in Frage, aber dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil in der Woche noch viel ausprobiert wird, rotiert wird. Ganz normal, wie jedes Spiel gehe ich rein und wir versuchen einander zu helfen, wir versuchen noch mehr zu kommunizieren, aber auch nicht unnötig jetzt irgendwie mehr zu reden, als es braucht. Deswegen versuche ich mich auf mein Spiel zu konzentrieren, versuche meine Spieler besser zu machen und ihnen zu helfen. Ich bin vielleicht dann der Spieler mit der meisten Erfahrung, aber trotzdem muss ich meine Leistung abrufen und erst einmal auf meine Situation konzentrieren. Und hoffentlich kann ich dann meine Nebenmänner besser machen, aber indem ich gut spiele und weiterhin meine Leistung bringe. Natürlich wäre es ideal, zwei, drei Wochen einzuspielen und alles, aber wir nehmen die Herausforderung an. Und ich glaube, wir haben genug Spieler, die bereit sind aufs Spiel und die auch schon reingekommen sind und das super gemacht haben. Und deswegen gibt es keine Entschuldigungen, sondern wir nehmen die Herausforderung an. Jetzt vielleicht nicht, wie die letzten Spiele die ganze Zeit eins gegen eins sind, sondern auch ab und zu mal eine Absicherung haben, aber auch wenn es eins gegen eins braucht, dann da sein in den Duellen, noch intensiver spielen als die letzten Spiele und als Mannschaft vor allem verteidigen und dann nach vorne unsere Qualität ausspielen. Und genau, die haben noch einige Spieler, auch den Seidel und viel Qualität vorne auch drin, aber wir gehen da mit breiter Brust ins Spiel und deswegen mache ich mir keine Sorgen. Ich bin nicht überrascht, weil die gute Spieler haben, aber auch Schalke, Hamburg, St. Pauli haben auch super Spieler, deswegen ist es ein ähnliches Spiel und ein Top-Spiel, auf das wir uns alle freuen können. Und genau, für solche Spiele spielt man auch Fußball.